Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Click It das ist ein neuer Spielmodus auf dem Playmitty Server und ich melde mich nach zwei Wochen wieder zurück und jetzt habe ich euch wahrscheinlich einiges zu erklären wie in den letzten Videos immer und ja das Problem war ich habe gesagt jetzt kommen wieder aktiv Videos dann kam wieder eine Woche kein Video dann kam wieder ein Video dann habe ich wieder gesagt es kommen aktiv Videos und dann und dann habe ich spontan entschlossen nach Salzburg zu fahren jetzt war ich dort zwei Wochen und jetzt kamen auf jeden Fall lange keine Videos und deswegen möchte ich mich erstmal sehr dafür entschuldigen und ja aber jetzt so Moment ja so aber jetzt müsste alles funktionieren und jetzt hoffe ich dass das alles geht gut äh in 60 Sekunden werden wir auch schon geportet ich fange einfach jetzt schon mal ein bisschen an um dann ähm den Spielmodus zu erklären und zwar geht es darum wir haben auf der ganzen Map verteilt Wolle Blöcke ähm gelbe, blaue und grüne und rote und wenn ich auf diese Blöcke einen Rechtsklick mache dann ähm bekomme ich quasi Karten beziehungsweise Klicks und ich habe eine Truhe und dort sind alle Karten unaufgedeckt und ich muss eben so viele Klicks sammeln damit ich alle Karten ähm aufdecken kann und somit besseres Equipment bekomme das bedeutet umso mehr ähm Wolle Blöcke ich finde umso mehr kann ich auch öffnen ähm ihr seht das jetzt gleich es geht dann sofort los und ja so gut jetzt geht es sofort los hier seht ihr schon die ganzen Blöcke man macht einfach Rechtsklick drauf die blauen geben drei Klicks die anderen ich weiß gar nicht wie das so ähm hier gemacht wird wie viel welche ähm Wolle Block was her gibt ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig aber auf jeden Fall habe ich jetzt schon 20 Klicks und ich glaube wenn man 60 hat kann man alles öffnen Moment so perfekt das mache ich immer so weil ich bin einfach zu faul ins Haus zu gehen okay hier bekommt man einen Klick für die Grünen für die ähm Moment es gehen 140 Sekunden los so für die bekommt man drei Klicks für die gelben bekommt man auch drei Klicks okay das heißt wir haben jetzt schon 34 wenn wir dann noch so ungefähr eine Minute Zeit haben oder 30 Sekunden werde ich mich schon mal beeilen und die ganzen Dinger öffnen und ja aber jetzt haben wir ja noch gute zwei Minuten Zeit so 41 Klicks 40, 45 48 48 okay gut perfekt zack 49 okay gleich haben wir es 55 so und hallo Leute hier das ist jetzt nachkommentiert da ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt dass ich ähm also ihr habt wahrscheinlich eine Tür gehört und dann kam meine Mutter rein und die wollte ein bisschen labern toll dass sie das immer wisst ihr ich sitze den ganzen Tag sagen wir mal vor dem PC und genau dann genau dann wenn ich aufnehme kommt meine Mutter rein das ist die hat irgendwie ein Talent dafür dass sie immer dann kommt wenn sie eigentlich nicht kommen sollte aber gut hab ich gesagt dass ich aufnehmen möchte ja gut das habe ich aber ähm okay Leute aber jetzt ist es so jetzt kann ich euch noch ein paar Informationen erzählen die ich sonst im Video erwähnt hätte und zwar jetzt kommen wieder aktiv Videos ich hätte ja mega gerne einen Adventskalender gemacht aber da ich ja schon am 24. November weggefahren bin und erst ähm ähm wann bin ich wieder gekommen am Freitag ich glaube am Freitag ne am Donnerstag ich weiß gar nicht ähm bin ich erst wieder ähm nach Hause gekommen und jetzt habe ich meinen neuen PC bekommen und so weiter jetzt habe ich gestern die ganzen Aufnahmeprogramme drauf gemacht und sowas ähm und ja es ist jetzt zumindest so dass ich auf jeden Fall vorproduzieren werde für den 24. bis 28. denn da bin ich in Paris und dann werde ich auf jeden Fall auch noch versuchen ähm bis Moment äh genau zu Silvester werde ich nämlich auch nicht da sein das heißt ich muss echt ein bisschen jetzt vorproduzieren weil ich möchte einfach ich möchte aktiv Videos machen und das klappt einfach nicht wenn ich immer ähm immer was spontan plane ne also ich bin ja ein sehr spontaner Mensch ich sage zum Beispiel heute ja komm ich buche morgen eine Reise nach ähm auf die Malediven fliege morgen auf die Malediven wisst ihr ich bin das sehr spontan ich ich mache da auch nicht immer so gern so viele Sachen aus ähm im Vorhinein sondern ich mache das eigentlich immer gern aktuell ist ja mein Vater ist da eher das Gegenteil der möchte immer unbedingt alles sehr geplant haben im Vorhinein und ich bin halt eher da das Gegenteil davon die Facecam hat leider nicht funktioniert das kann ich euch jetzt sagen weil ähm ich habe am Ende noch meine Rocket Maus und meine Rocket Tastatur in die Kamera gehalten aber hat nichts gebracht weil meine Facecam irgendwie nicht ging beziehungsweise die von meinem Mac und ähm ich werde mir jetzt auf jeden Fall hier für meinen Windows PC eine Facecam kaufen damit das hier nichts wird ähm wenn das hier nichts wird und ja das Spiel Click It das habe ich euch ja eigentlich schon ganz gut erklärt ähm es würde mich echt freuen wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet ähm welchen Spielmodus ihr so feiert und es ist ja jetzt auch so das kann ich ja jetzt auch offiziell bestätigen ähm dass ähm es wird bald ein neues Projekt kommen und zwar das ähm Projekt von Kadex vom lieben Kade hier und ja lasst euch da einfach mal überraschen was da so auf euch zukommen wird ähm wenn ihr mir auf Twitter folgt dann seht ihr auch wahrscheinlich wie das Projekt heißt also ähm folgt mir auf Twitter Link in der Videobeschreibung ich würde einfach mal sagen es sind nur noch ein paar Sekunden dann schalte ich mich auch schon wieder ein ähm als ich dann langsam gesagt habe okay ja du kannst rausgehen tschüss ähm ja auf jeden Fall geht es dann einfach wieder mit dem ganz normalen Commentary weiter und da habe ich dann eh nochmal gesagt dass meine Mutter hier war und ja ich freue mich einfach wieder jetzt auf Videos nächstes Jahr wird es bestimmt einen Adventskalender geben hundertprozentig dafür werde ich mir zu Ostern was tolles einfallen lassen und ähm ja mal gucken vielleicht kommt ja auch irgendwie so ein so ein Special jetzt für ähm 1000 Abonnenten oder so wo ich euch einfach mal jetzt mein ganzes mein ganzes Setup zeige ja ich würde einfach mal sagen jetzt schalten wir wieder um ich bin jetzt wieder da meine Mutter war hier kurz drin und ähm hatten mir ein bisschen was über ein bisschen was erzählt so Small Talk und jetzt geht es weiter wir haben schon zwei Leute getötet das finde ich echt sehr nice sind auch schon Full Dear und ja ich werde da jetzt wahrscheinlich dazwischen kommentiert haben oh ne nur noch fünf Herzen aber ich hab sieben denn ich hab vorhin einen Goldapfel gegessen und das wird mir helfen zu überleben und den entscheidenden Treffer zu machen das weiß ich das sieht mich wahrscheinlich nicht und nochmal wie viel hält der denn aus wenn er nur noch fünf Herzen hat was es geht ab es geht ab bei dem und nochmal oh das kann's ja nicht sein warum regeneriert der denn nicht Moment ich hab ja noch so ne Feder ne Poisonvergiftung ne ich bin am Arsch so ok er ist jetzt vergiftet ich bin jetzt echt ein bisschen mal überlegen ob ich das noch schaffen kann oh wie viele Herzen hat der denn noch oh man das ist gerade so aufregend er müsste mich ja nur einmal treffen aber er spammt die ganze Zeit mit seinem Bogen ich frage mich nur wie viele Herzen der noch hat das kann's doch nicht sein boah GG oh das war jetzt echt wir haben hier jetzt echt einige Leute getötet und das war echt ein bisschen ähm confused irgendwie der hat mega viele Hits ausgehalten mit dem Bogen ach so jetzt wollte ich mich gerade selbst abschießen naja wo gehen wir dann hin stellen wir uns einfach jetzt stellen wir uns stellen wir uns hier hin hier zack F1 so ich hab jetzt ich zeige euch das das ist jetzt mal ganz kurz wenn das mit der Facecam funktioniert hat hier meine Rocket Maus ja das ist die Rocket Q&Pure und dann habe ich eine neue Tastatur das ist die Isco FX und ich hab mir ähm die andere nicht gekauft weil die andere hat es bei mir nicht gegeben auf Amazon und jetzt hab ich hier einen zweiten Bildschirm deswegen ist die Facecam jetzt derzeit von der Seite weil ich noch keine Webcam habe und unten ist jetzt mein neuer PC und ja ich hoffe das hat jetzt alles so geklappt die Stars ich werde mir das jetzt gleich nochmal angucken und ich würde einfach sagen wenn euch die Folge gefallen hat lasst doch einen Daumen nach oben da und ich würde sagen haut rein Leute macht's gut und ciao ciao